Herzlich willkommen bei Blockchain, Video Blockchain News, heute am Abend des 1.8.2017 und wir schauen uns den Bitcoin-Fork an. Heute Mittag war es soweit, die Bitcoin-Blockchain wurde geforkt in jetzt zwei Blockchains und zwar einmal in das normale Bitcoin und einmal in Bitcoin Cash. Und wir schauen uns direkt mal den Kurs an. Ja und er sieht gar nicht so schlimm aus. Also klar, er ist runtergegangen in den letzten paar Stunden, hat etwas an Wert verloren hier gegen den Euro. Allerdings ist er auch noch nicht unter das Niveau vom letzten Tief gefallen. Also hier scheinen die meisten tatsächlich noch abzuwarten und noch nicht massenhaft auszusteigen. Es kann natürlich über Nacht auch wieder komplett anders aussehen und wir könnten irgendwo vielleicht hier auf dieser Ebene landen. Da müssen wir einfach noch weiter abwarten. Ja, was genau ist da passiert? Also ich hatte es im letzten News-Review ja schon angesprochen. Die Bitcoin-Blockchain wurde heute aufgeteilt in zwei Blockchains, nämlich einmal in das normale Bitcoin und einmal in Bitcoin Cash. Ein Zusammenschluss von Minern und mehreren Personen hat das forciert, diesen sogenannten User-Activated Hardfork und das sollte heute nach deutscher Zeit um 14.20 Uhr ungefähr passiert sein. Also nach einheitlicher Zeit 12.20 Uhr. Ja und wir schauen uns mal an, wann der Fork tatsächlich passiert ist. Es ist nämlich ein bisschen komplizierter leider. In dem Blockchain-Netzwerk müssen sich ja mehrere Rechner darauf einigen, dass eben ein neuer Block der Chain hinzugefügt wird. Das heißt, sie müssen sich auch darauf einigen, wann das passiert. Und das, was man immer so sagt, wie lang üblicherweise es dauert, bis so ein Block gefunden, also geschürft wird, das ist tatsächlich nur ein Durchschnittswert. Tatsächlich schwankt nämlich die Zeit zwischen zwei Blöcken ganz erheblich teilweise. Manchmal geht das sehr schnell, manchmal dauert das eben etwas länger. Und das heißt aber auch, dass es eben keinen festgelegten Zeitpunkt geben kann, weil es eben kein festes Intervall gibt. Wie stellt man das jetzt also fest? Man hat quasi definiert, dass der Fork stattfindet, sobald ein Block gefunden wurde, der im Median eine Uhrzeit hat, die nach 12.20 Uhr stattfindet. Und das sehen wir hier auf dieser Seite ganz schön. Hier rechts ist die Medianzeit angegeben des Blocks, wann dieser gefunden wurde. Und wir müssen jetzt in der Historie etwas zurückgehen und gucken, wann der Block tatsächlich hier gemeint wurde. Und das müsste nach allem, was ich dazu gelesen habe, dieser hier sein. Das heißt, um 12.37 Uhr Medianzeit wurde dieser Block hier gefunden und der Kette hinzugefügt. Und das war halt die Realzeit 13.16 Uhr. Wenn ich das hier tatsächlich richtig interpretiere, bitte korrigiert mich, falls das falsch sein sollte. Aber das hier müsste eigentlich die Zeit sein, wann der Fork nun tatsächlich durchgeführt wurde. Also so zumindest steht es hier in dem Blogartikel von Kraken, auf den ich mich beziehe. Den verlinke ich euch auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Und bisher wurden auf der neuen Bitcoin Cash Blockchain drei Blöcke gemeint. Wir sehen das hier unten. Zwei davon von via BTC, was nicht verwunderlich ist, da die auch wesentlich den Fork mit vorangetrieben haben. Auch diese Seite verlinke ich euch gerne nochmal unten. Dann könnt ihr da auch selber nochmal nachschauen. Ja, das war es auch schon. Wie gesagt, nur ein ganz kurzes Update hier zu dem Fork heute am 1.8.2017. In den nächsten Tagen bleibt es weiter spannend. Schauen wir, wie sich vor allem die Preise entwickeln, wie viele Miner auf die neue Chain mit aufspringen. Oder ob sie nicht doch relativ schnell in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Es bleibt sehr spannend. Wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal, damit ihr keines der nachfolgenden Videos verpasst. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was euch noch interessiert. Lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao.